15 Monate lang musste der Nettomarkt am Reiherweg in Wadenburg mit einer Übergangslösung leben. An diesem Dienstag nun eröffnet der Markendiscounter um 7 Uhr seine Verkaufsräume in einem neuen Gebäude. Auf einer Verkaufsfläche von rund 1040 Quadratmetern bietet Netto künftig seine Waren an. Mit in das neue Verbrauchermarktgebäude ist auch die Bäckerei Bruno aus Sandkrug gezogen, die nun auch Sitzplätze drinnen und draußen anbieten kann. Untertitelung des ZDF, 2020